Hallo zusammen, heute lernen wir die Wochentage, die Monate und die Jahreszeiten auf Deutsch. Hi everyone, today we're going to learn the days of the week, the months and the seasons in German. Wednesday, der Donnerstag, der Donnerstag, Thursday, der Freitag, der Freitag, Friday, der Samstag, der Samstag, Saturday, der Sonntag, der Sonntag, Sunday. Die Monate, the months. Der Januar, der Januar, January. Der Februar, der Februar, February. Der März, der März, March. Der April, der April, April. Der Mai, der Mai. Der Juni, der Juni, June. Der Juli, der Juli, July. Der August, der August, August. Der September, der September. Der September, September. Der September, der Oktober, Oktober. Der November, der November, November. Der Dezember, der Dezember, December. Die Jahreszeiten, the Seasons. Der Frühling, der Frühling. Der Frühling, Spring. Der Sommer, der Sommer, Sommer. Der Herbst, der Herbst, Autumn, Fall. Der Winter, der Winter, Winter. Information. Alle Wochentage und Monate sind wendig. Deswegen benutzen wir den Artikel der. Information. All the days of the week and the months are masculine. This is why we use the article der. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Und falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Thank you for watching the video. And if you have any questions, comment them below.